So, wir haben alle eine Emotion zugeteilt bekommen, zum Beispiel Maury, oder? Hier bewegt ihr euch gleich in der Welt der Emotion. Dazu kriegt ihr ein Tor, in dem ihr eure eigene Karte abbringt. Sobald ihr jedes Tor betretet, seid ihr vom Kopf bis Fuß eure Emotion. Allerdings gibt es eine Gefahr. In der Emotion, und zwar, genauer da, dass Emotionsnummern ist. Und das will aber immer noch etwas sagen. Und das sagen, ich muss mal los. Ticken wir an und sagen, die Emotion geht. Die Methuen. Und die Emotion bleibt im Top. Die Emotion geht. Und die Emotion geht. Ich, die Emotion, kann ich nicht mehr kommunizieren. Die Emotion kann die Frau werden, und die Mandane braucht, wo ich die ihre mit der anderen Emotion eingeben kann. Jetzt kann ich die neue Emotion mit der neuen Emotion gespalten und schieben. Die Emotion aid. Die Emotion geht durch. Die Emotion geht. Die Emotion! Bei den Augen. So, ihr dürft jetzt mal die Emotionsmonster betreten. Die Emotionsmonster betreten als letztes in Welt. Sobald diese in den Welt getreten haben, kann sie so ein Beginn.